Die VTuber Q&A Vorstellungsrunde Wo findet man dich? YouTube, Discord und Twitter Wie lautet deine Begrüßung? Hallo, liebe Leute Was sagst du zum Abschied? Guten Tag, bis du schon und bis zum nächsten Mal Was ist dein Aschimark? Äh, Boten Was ist dein Live-Tag? Was für ein Teil? Und dein Fan-Up-Tag? Dizzy Art Wie nennst du deine Fans? Rudelbande Lieblingsfarbe? Türkis Was sind deine Hobbys? Zocken, Longbourn, Singen, Zeichnen, Musik Wollen bist du gut? Prokrastinieren Bitte mach ein kurzes Liebesgeständnis Es ist recht schwer und doch so Mensch, ich lieb dich sehr und das und endlich Japanisch Was trinkst du gern? Powerpoint Lieblingsmanga? Anima Plus Lieblingsanime? Bad in Abyss, Elfenlied und Haikyuu Lieblingsspiel? Super Mario und was Magic Lieblingsmusikgenre? Gute Laune Seine größte Angst Geliebte Liebe, wie sind sie zu verlieren? Wen, wo wunderst du? Billy Joe Armstrong Was sind deine Träume? Ein YouTube-Play-Button Und noch mal abschließende Worte, bitte Danke fürs Einschalten, hab dich lieb! Oh mein Gott, was war das denn? Nein